Wie sieht das denn hier schon wieder aus? So eine Unordnung! Boah ey! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Schlung! Ups Glück gehabt! Mein Held, du hast mich gerettet. Oh hallo, wie heißt du? Julia und du? Ich bin Romeo! Was hat er hier zu suchen? Julia, geh weg da. Aber, aber, er hat mir doch nur geholfen. Ey, Romeo, was machst du auf der Mädchenseite? Ey, was willst du mit der? Schäm dich. Halt, Julia, warte. Ach, Romeo, wann sehen wir uns wieder? Ach, Julia, du fehlst mir so. Zum Glück gibt es unseren geheimen Ort. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Ah, da bist du ja endlich. Also, es sind zwei Jungs, aber trotzdem haben wir eine große Chance. Wir sind Clans Vorteil. Sie sind von der Farm sortiert, aber sie sind klein. Und wir sind groß und klein zusammen. Und zusammen sind wir unschlagbar. Sie haben uns Julia genommen. Und das werden wir ihnen heimzahlen. Macht sie alle! Wir haben uns versammelt, weil wir Romeo aus der Mädchenseite befreien müssen. Wir müssen den Krieg gewinnen, sonst ist unsere Ehre kaputt. Es tut mir leid, aber ich kann euch nicht garantieren, dass alle lebend da rauskommen. Können wir das schaffen? Ja, wir schaffen das! Ja, wir machen 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 das! Da hinten, die Dinos. Wir müssen unsere Leute wahren. Leute, ich weiß, ihr habt gedacht, dass die Jungs gedacht haben, wir hätten Romeo entführt. Und wir dachten, ihr hättet mich entführt. Aber das ist nicht wahr. Die Dinosaurier sind auf dem Weg und die einzelnen Seiten schaffen das nicht alleine. Und das heißt, dass wir sie zusammen verjagen müssen. Ja! Ja, da sind sie! Los, verjagt sie! Ja!